hallo 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 hier ist ein neuer sportvlog heute wieder jogging bei wirklich schönem wetter aber es bisschen kühl macht aber nix wie es weitergeht seht ihr nach dem intro ja ich habe jetzt schon so ungefähr zwei kilometer hinter mir es läuft alles gut heute gute beine wetter super wie gesagt und von daher bin ich mal gespannt wie weit ich heute laufe hab viel vor aber gucken was der schweinehund sagt der wieder zurück will an den kühlschrank ich bin in der zwischenzeit eine ganze ecke gelaufen bin jetzt schon bei 15 kilometern hab lauter lauferei das quatschen vergessen war auch sau anstrengend bisher aber es läuft wenn ich jetzt geradewegs nach hause laufen würde würde ich 16 kilometer schaffen oder machen müssen sagen vielmehr und mal gucken was ich noch ob ich noch mal irgendwo schleife drehe ja ganz schön viel heute aber das muss auch mal sein nicht nur da faulen im keller rum trainieren liegestütze und den katzen käse auch mal richtig laufen bin dabei ich bin jetzt bei 16 kilometer und ich muss leider aufhören weil mir die knie wehtun wie die sau die sind zwar getapet ich zeig das mal die sind zwar getapet hier sieht man es ja alle beide getapet aber die tun gerade weh wie die sau ich kann nicht mehr laufen ich muss die dinger ausruhen retterspitz drauf zack zack geht das wieder aber irgendwie gerade läuft es nicht es ging vorhin los und ich will jetzt nicht noch mehr kaputt machen als sein muss also heute 16 kilometer auch gut reicht reicht für den tag alles gut runter vom sofa sport machen man nicht so viel kann wehtun aber wenigstens ein bisschen ein bisschen kann jeder also ich sage cheerio missofi an dieser stelle ich bin gleich daheim dauert nicht lange ich bin gleich